Frau Rapp, dann reden wir über den künftigen Telemedienauftrag der öffentlich-rechtlichen Sender. Die Frage, was unter anderem die ARD im Netz dürfen soll oder nicht. Die Politik ist da in Beratung und auf praktischer Ebene gibt es jetzt einen offenen Streit, auch juristische Auseinandersetzungsverlage gegen die ARD mit relativ scharfen Äußerungen. Wie nehmen Sie das wahr? Beeindruckt Sie das? Warum ändern wir den Telemedienauftrag? Weil Bürgerinnen und Bürger, weil die Menschen einfach ihr Mediennutzungsverhalten geändert haben. Und wenn wir über die Ausrichtung oder die zukünftige Entwicklung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der Printverlage oder anderer privater Anbieter nachdenken, dann muss jeder Entwicklungsmöglichkeiten haben. Und dann gehört es auch dazu, wie kann ich mich im Netz darstellen. Und einerseits tun wir auch was für die Verlage, indem wir auch das Geld- und Wettbewerbsgesetz jetzt geändert haben. Dort Bereichsausnahmen geschaffen haben. Und auf der anderen Seite denken wir über eine Veränderung beim Telemedienauftrag nach, nämlich was das Thema Verbleib von Sendungen im Netz angeht. Wir haben eine Sieben-Tage-Regelung und wir stellen die Frage, ob die noch zeitgemäß ist. Aber beeindruckt Sie die Auseinandersetzung auf praktischer Ebene? Erzeugt das so etwas wie Druck auf die Politik? Im Moment beeindruckt mich, dass der Zuschauer und die Zuschauerinnen ihren Nutzungsverhalten schon so geändert haben und diese Sieben-Tage-Regelung schon faktisch gar nicht mehr funktioniert. Und wir haben solche Begriffe wie Sendungsbezug oder Presse ähnlich. Und da müssen wir noch fragen, entfalten die noch ihre Wirkung? Die sollten ja wie so ein Raumteiler wirken, nämlich einerseits den Printbereich von dem öffentlich-rechtlichen Bereich teilen, aber die Menschen sind mobil unterwegs oder manche haben auch ein Handicap. Und ich kann nicht immer das audiovisuelle Angebot, wenn ich unterwegs in der Bahn oder im Flieger bin, hören. Dann muss ich auch mal eben lesen können, was in der Tagesschau-App vielleicht drinsteht oder bei Heute oder woanders. Und auf der anderen Seite, wenn ich ein Mensch bin, der vielleicht ein eingeschränktes Sehvermögen hat, dann freue ich mich, wenn ich visuell eben einen Text eben aufnehmen kann. Und wir sehen ja auch im Printbereich, dass dort auch Zeitungsverlage audiovisuelle Angebote nun nutzen. Wir kennen Spiegel Online, wir kennen das Handelsblatt und hier verschwimmt in der digitalen Welt auch dieses Thema. Wir nennen das Konvergenz. Die Frage ist ja dann, wie zeitgemäß sind die Regelungen, die man vor einigen Jahren in den Rundfunkstaatsvertrag geschrieben hat? Genau. Das ist die Frage, mit der wir uns im Moment beschäftigen. Und deshalb denken wir darüber nach, wie wir das Recht weiterentwickeln können, damit einerseits der öffentlich-rechtliche Rundfunk, aber auch andererseits die Verlage sich gut entwickeln können. Da gibt es ja letztlich drei Punkte, drei Schlagworte. Gehen wir sie vielleicht kurz durch. Die Depublizierungspflicht, dass Audio- und Videobeiträge der Öffentlich-Rechtlichen nicht dauerhaft verfügbar sein dürfen, mit wenigen Ausnahmen. Relativ kompliziertes Modell. Wie ist die Stimmung bei Ihnen in der Landesregierung, aber auch in der Rundfunkkommission, dort Veränderungen zu schaffen? Wir versuchen das mit einem einfachen Wort zu nennen, Sieben-Tage-Regelung. Wir sind dafür, dass wir hier mehr Freiräume schaffen und dass wir hier in den Mediatheken die Angebote länger zur Verfügung stellen können und sie nicht aus dem Netz genommen werden müssen. Gibt es da Einigkeit unter den Ländern schon? Es gibt ja eine Arbeitsgruppe. An dem Punkt haben wir eine große Einigkeit. Und beim Punkt Presseähnlichkeit, da gab es ja auch letztlich Gerichtsurteile, die sich an dem Thema letztlich abgearbeitet haben. Glauben Sie, die Presseähnlichkeit wird als Formulierung zum Beispiel auch weiter im Staatsvertrag stehen können? Im vorliegenden Entwurf ist das Wort Presseähnlichkeit noch enthalten, weil dies auch auf Rechtsprechung, auf Urteilen zum Thema Rundfunk und Medienrecht fußt. Aber ich kann Ihnen da noch nicht die abschließenden Beratungen sagen. Wir müssen schauen, ob wir mit diesen Begriffen noch arbeiten können. Wir haben im Medienrecht ja manchmal Begriffe wie Trägermedien. Damals war die CD damit gemeint, die heute auch keiner mehr benutzt. Insofern müssen wir uns auch immer zeitgemäß fortentwickeln. Aber das wird die Feinjustierung am Ende ergeben. Das heißt, während es bei der Depublizierungspflicht Einigkeit gibt, dort eine Lockerung herzustellen, ist das Thema Presseähnlichkeit und auch der Sendungsbezug als Ausnahme für die öffentlich-rechtlichen Sender eher noch ein umstrittener Punkt. Wir haben die feststehenden Begriffe des Sendungsbezugs und der Presseähnlichkeit. Und wir haben die Notwendigkeit, den Rundfunkstaatsvertrag zu ändern. Und das wollen wir auch tun. Und das ist ein ganz wichtiges Bekenntnis. Hier sind sich 16 Länder einig, dass sie dies tun wollen. Und wie am Ende diese Ausgestaltung sein wird, das müssen wir sehen. Aber wir wollen haben, dass Presseähnlichkeit oder Sendungsbezug auch so ist, dass ich bei einer mobilen Nutzung einer App, eines öffentlich-rechtlichen Senders, eben auch Texte lesen kann, wenn ich das audiovisuelle Angebot nicht sehen oder nicht hören kann. Das hieß ja, Freigabe für sogenannte Transkripte, also die verschriftlichen Fassungen von Beiträgen. Das ist ja auch jetzt schon Standard. Verleger verwahren sich dagegen nicht. Umstritten ist ja, ob dazwischen auch eine aktuelle Berichterstattung möglich sein soll oder eben nicht bei öffentlich-rechtlichen Sendern, wenn das nicht Gegenstand der Sendung letztlich auf den klassischen Medien ist. Wie ist da Ihre Position? Also Sie beschreiben ganz genau das Spannungsfeld, in dem wir da sind. Und wissen Sie, als Vorsitzland der Rundfunkkommission der Länder sind wir nachher die Koordinierenden. Und wir müssen die Interessen zusammenbinden. Und es wird am Ende auf sehr viele Details ankommen. Aber ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind, dass wir hier eine Lösung finden, die sowohl den Öffentlich-Rechtlichen als auch den Verlagen ihre Wünsche und aber auch die Zuschauerinteressen und die Leserinteressen berücksichtigt. Und glaube ich, manchmal muss man eben vom Nutzer her denken, um dann auch eine rechtlich saubere Lösung hinzukriegen. Letztlich ist das ja auch, was entstanden ist. Die jetzige Rechtslage ist ja auch ein Kompromiss, Stichwort Beihilfeverfahren der EU. Das werden Sie ja sicher, genauso wie alle Marktbeteiligten, immer im Hinterkopf haben. Wenn man die Regelung Gras verändern würde, könnte das Thema wieder sofort bei Brüssel landen. Wie groß ist denn tatsächlich Ihr Handlungsspielraum, die Spielregeln auch zu verändern? Wir sind ja momentan an einer wichtigen Stelle dabei, auch das Thema der audiovisuellen Medien im Europarecht wieder neu zu kalibrieren, möchte ich mal sagen. Die AVMD-Richtlinie ist das Stichwort. Dort sind wir in den Endverhandlungen und dort haben wir zwar auch noch immer eine Grenze zwischen linearen und non-linearen angeboten, aber auch dort sehen wir, dass wir in den Diskussionen genau in diesem Bereich sind und wir hoffen, dass wir mehr Spielräume eben erwirken können. Mit konkreten Entscheidungen der Arbeitsgruppe Telemedien ist frühestens wann zu rechnen? Wir rechnen Ende Mai mit den endgültigen Verhandlungen, was die audiovisuelle Mediendienstrichtlinie in Brüssel angeht und ich rechne frühestens im Sommer mit den Endberatungen der Rundfunkkommission der Länder. Ziel ist es, auf der Jahreskonferenz der Ministerpräsidenten, Ministerpräsidenten, September, Oktober die Entscheidung auf dem Tisch liegen zu haben für den 21. Rundfunkstaatsvertrag. Wie heftig ist das Lobbying hinter den Kulissen? Der Sender, aber auch der Verlage? Es ist normal. Ja? Beeindruckt Sie alles nicht? Nein. Danke für Ihre Zeit. Gerne. Wir machen. Wir hören. Danke. Danke. Hi. Danke. Embr Escape. Lange. Danke. 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 Amen. Be очень.